Wenn a die größte natürliche Zahl ist, so dass a hoch 3 streng kleiner ist als 999, und wenn b die kleinste natürliche Zahl ist, so dass b hoch 5 streng größer ist als 99, dann gilt, a plus b ist gleich zu einer dieser fünf Zahlen. Frage, welche? Wir wissen, dass a hoch 3 streng kleiner sein soll als 999, also auch streng kleiner als 10 hoch 3. Wir wissen auch, dass a eine natürliche Zahl ist und so groß sein soll wie möglich. Demzufolge muss a gleich 9 sein. Wir wissen, dass b hoch 5 streng größer 99 sein muss. Wir wissen aber auch, dass b eine natürliche Zahl ist und b soll so klein wie möglich sein. Versuchen wir mit 2. 2 hoch 5 ist gleich 32. 32 ist aber zu klein. Das Ergebnis muss streng größer sein als 99. Versuchen wir mit der nächsten natürlichen Zahl 3. 3 hoch 5 ergibt 243 und 243 ist streng größer als 99. Demzufolge muss b gleich 3 sein. Also gilt a plus b gleich 9 plus 3, das heißt 12. Somit ist Antwort a die richtige.